Jo, jetzt ein Reiber-Follower-Gameplay. Willkommen auf meinem Kanal immer so. Das ist richtig nice. Das ist richtig nice. Also schaut auf jeden Fall vorbei. Da muss man halt, ich erklär's jetzt mal, da muss man halt jetzt, wenn jetzt halt Olympia oder Peru halt was mehr gegoogelt wird, oder halt was mehr. Wenn jetzt Peru weniger gegoogelt wird, müssen wir jetzt logisch auf Low drücken, auch genau auf weniger. Und wenn wir denken, dass Peru mehr gegoogelt wird, müssen wir auf Higher drücken, also mehr. Also, yo, ist ganz easy, ganz simpel und abonniert mich, das wäre richtig nice. Abonniert ihn nicht. Ja. Okay, wie heißt du nochmal? Sag, ich verlinke deinen Kanal. Nein? Okay, gut. Er hat keinen Kanal. Ich hab einen. Aber er ist schon schlecht. Okay, was denken wir? Ist Peru... Peru wird mehr gegoogelt. Nee, niemals wird Peru mehr als Olympia geguckt. Doch. Nee, wir sind dumm, doch. Scheiße, ihr habt recht gehabt. Okay, wir machen einfach nochmal, wir machen einfach nochmal, Leute. Kommt. Leonardo da Vinci oder Nordpol? Das ist mega schwer. Was, was? Nordpol. Nordpol. Aber guck mal, Leonardo da Vinci wird eine Million Mal geguckt. Ich glaub, Leonardo... Ich glaub, Nordpol wird weniger, oder? Ja, ja. Und? Ja, oh, erst mal richtig. Santiago Bernabeu wird viel mehr gegoogelt. Mega richtig. So, No Country for Old Man. Vinci ist ein Film. Das wird, glaub ich, nicht so oft gegogelt für Santiago Bernabeu. Also, will ich mal lieber... Nein! Mit mehr gegoogelt. Komm. Komm, wir machen noch eins. Komm, 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 komm. Grand Canyon oder Mist Parrot? Ich glaub, das wird weniger. Ich glaub, das wird weniger. Das wird weniger? Mhm. Yo, easy. So, klar. Vanos Gaming oder, äh, Vanos Gaming wird viel mehr gegoogelt, ist klar. Was ist das? Ich hab grad, du bist ein Gamer, musst du es so wissen. Okay, gerne. Johnson & Johnson oder, ey, das wird viel weniger gegoogelt. So, und, äh, das nächste Mal kommt dann auch noch ein FIFA-Game. Nur mal so, als Hinweis. Palm Island oder, äh, Palm Island, oder? Mhm. Viel. Was? Ich darf ins Wien knicken. Nitz? Ich weiß nicht, was das ist. Oder MySpace. Ich weiß nicht, keine Ahnung, weiß jetzt nicht. Okay, wer bräuchte ich? Ich hab nur grad. Kenia oder MySpace? Wir haben viel mehr gesucht. Was? Was? Okay, weiter. Pades, Loans oder Stalking? Stalking wird viel mehr gesucht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, okay, weiter, weiter. Ati. Atis. Keine Ahnung. Oder Dingster, Bombster. Ich glaub, das wird mehr oder weniger. Weniger oder mehr? Weniger. Ja. Wir haben einfach nur geraten, grad. Waterpolizen. Ja. Yo. Ah, das war genau gleich. Spongebob. Ja, locker. Wird Spongebob mehr gesucht. Stumpplayporn. Was ist das? Und so eine Gamefilme, ich glaub, mehr, oder? Ja, Gaming wird, glaub ich, mehr. Nein. Oh, schade. Komm, warte, komm. Antipressanz, sind so eine Drogen? Oder Jesus Christ? Glaub ich, Jesus Christ ist mehr gesucht, oder? Ja. Easy, oder? Yo. Kaffeebohnen, viel mehr. Nein. Nein. Mäh. Hä, was? Enfield Stadium, oder? Ey. Viel weniger, oder? Was? Als ob. Ey, komm, wir müssen jetzt, komm, wir schaffen jetzt genau 10. Weiß los, oder NASA wird viel oft gesucht, also weniger. So, jetzt haben wir 10. Halloween wird mehr, oder? Nee. Doch. Was hast du ja gesagt? Scheizen, It's. Hiechen, It's. Oder, nee, weniger, oder? Oder, oder? Ich glaub, das wird mehr. Als ob. Mr. Bean. Was glaub ich? Mr. Bean. Mr. Bean. Okay, komm, weiter. Schäuze, Werbung. Banana Cake. Wir haben, glaub ich, viel mehr gesucht. Ja, richtig. Malamala, was ist Malamala? Malala. Malala, weißt du, wer ist was? Den Arsch, weißt du? Ich glaub, es wird mehr, oder? Ja. Jenna May. Marbles wird viel mehr gesucht. Gibt's sucht? Warum sagst du immer gesucht? Ob, gesucht. Es wird gesucht. Boca, warte. Sin City. Ähm, weniger. Ja. Pet in Screens. Äh, weniger. Ja, Mann. German Chief, also, deutscher Schäferhund wird, glaub ich, mehr gesucht. Viel mehr. Äh, Glalitator. Viel mehr. Was? Nur die Hälfte? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ostern oder Uno? Oh, das ist eine richtig schwere Frage. Ostern, Ostern. Aber guck mal, Uno hat eine Million. 839. Ostern. Ich glaub, Uno dann. Oder Ostern trotzdem mehr? Ne, Uno. Mach Uno. Ja, ganz knapp. Fake Lift. Oder, oh, das wird viel weniger gesucht. Locker, ja. Ostern gewonnen. Bibel wird mehr. Easy, 2 Millionen. Zlatan Ibrahimovic viel mehr, oder? Ja. Was? Nein, wird nicht mehr gesucht. Kannst du Zlatan Ibrahimovic überhaupt? Ja. Spielt bei Schweden. Genau. Water. Polo, also Wasserball. Oder Jupiter wird mehr. Jupiter, ja. Gut. Clash of Clans. Ach, das ist Clash of Clans. Ich war grad bei Clash Royale. Digger, guck mal, der hat diesen Zaubermagier. Okay. Also, schaut auf jeden Fall vorbei. Ich mach auch Clash of Clans. Clash Royale. Äh, Clash Royale Livetream. Ja. Also, Clash of Clans ist auf jeden Fall viel mehr. Livetream. 37 Millionen. Du hast Livetream gesagt. Äh, Videos. YouTube. There will be blonde. Viel weniger, Alter. Guck mal, wie oft Clash of Clans hat. Katie Clarkson mehr. Ja. Cristiano Ronaldo, Alter. Höher, viel höher. Höher. Sechs Millionen. Weniger. Und davon war noch 32. Wie wenig. Ja. Das ist mehr doch. Oder? Mehr, ja. Wenn das so wenig ist. Stop was. Stop Uhr, ja, mehr, oder? Weil kaufen wir ganz viele eigentlich. Jimmy Hendrix. Okay, schon. Sind bei 8. Komm, wenn wir noch. Hä? Oh, scheiße. Wird Jimmy Hendrix mehr gesucht. Was ist das? Ist ein Läufer. Hm. Weniger. Ja, Mann. Komm, wir schaffen jetzt 10. Neaten. Egg for. Ja, mehr. Hm. Das glaube ich nicht. Ja, Mann. Was ist das? Malcolm X. Malcolm X. Mehr. Wir sind auf 10. 11. Digger, geil. Lockerbie Boombing. Nein. Niemals so viel. Emoji betraut. Ey, über 5 Millionen. Ich hab's doch gesagt. Nelson Mandela. Ne, viel weniger. Ich weiß nicht mehr, wer das ist. Moses. Mehr, oder? Ja. Wer ist denn Moses überhaupt? Nein. Was? Guckt euch die. Aber guck mal, 14. 14, Digger. Das ist geil. Okay, Leute. Das war's mit diesem Video. Und schaut auf jeden Fall vorbei. Abonniert mich. Das wär richtig nice. Was sagst du dazu? Abonniert mich nicht. Doch, abonniert mich. Nein. Und ja, das nächste Mal. Ich hab's behindert. Jetzt kommt gleich noch ein Clash Royale-Video raus. Nein. Bis morgen. Ja. Bis irgendwann, bis ein neues Video kommt. Ciao.